Guten Abend miteinander vor den Bildschirmen. Es freut mich, im Namen der Musikshow Estes Matt Marbach diese zweite Musizierstunde via Livestream zu eröffnen. Ihr gehört heute ein Kurzkonzert mit Vorträgen von Musik und Bewegung von Schillerinnen und Schülern von Vicky, von Gitarrenvortrag von Pascal Klinger und von Ralf Marx vom Schlagzeuglehrern-Schlagzeugvortrag und zum Schluss zwei Horn-Trio von Celia Grimm. Die Lehrpersonen werden vorweg noch ansagen. Jetzt wünsche ich euch allen, die euch gerade befinden, viel Spass beim Zuschauen und Zuhören und hoffe in einer nächsten Gelegenheit, dass ihr wieder einschaltet und allen, die heute mitwirken, wünsche ich viel Glück und viel Vergnügen beim Spielen. Dankeschön, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Einen Blick. Yeen. Die Lochflöten-Schüler haben euch begrüsst mit dem Begrüßungsrecht. Mein Name ist Rutwig und ich bin Lochflötenlehrerin von der Zeitung und Berührung. Wir freuen uns, euch ein paar musikalische Klänge hinzubringen. Es wird von der weiten Welt erzählt. Von Joe, von einem Song in einem Film. Von einem Bauer, der in Irland wohnt. Von lustigen Figuren mit weissen Mützen. Und ein Stück, das einen glücklich macht. Als erstes hören wir ein Stück von der weiten Welt. Und das Stück Sotti und Philomena. Und das Stück heisst Händchen klein. Und das Stück heisst. Die Frau, der in Irland wohnt. Die Frau, der in Irland wohnt. Die Frau, der in Irland wohnt. Musik 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 Was war in unserer ignoreden Welt? ٹschung Musik Und zwar spüren der André, der Basile und die Julia ein Stück Chimba Chimba. Musik 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 Wir gehen in ein Land, und zwar nach Irland, wo uns der Pfeiffer-Team ein Musikstück zählt. Die Pfeiffer-Team und ein Stück spürt Benjamin, Jeffrey und Andrea. Musik 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 Das sind nämlich die Schlünze und diese drei können wir jetzt wieder bekommen. Die drei Frauen-Schlünze. Das liegt der Schlünze, spielt Natividad, Nicole und Elena. . . . . . . . . Musik 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 Wir sind schon am Schluss angekommen, mit der Musik-und-Bewegung-Gruppe. Und zwar reist ein Stück in Fjollerbi, also bist du glücklich. Und das wünsche mir von ganzem Herzen, dass ihr glücklich seid. Ich wünsche euch von mir allen, wünsche euch so viel Glück. Musik 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 und verordnet fort von fernen Städten. Städte 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 Und jetzt kommen die Schlagzeiger dran. Anfangen wir mit Luca. Er ist im ersten Spieljahr und er macht uns ein Schlagzeigsolo mit ganzen Tromps. Ich wünsche viel Spass. Städte Städte Sie bleiben Städte 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 Sie bleiben Sie bereits und Weiter geht's mit Jobin. Er ist im zweiten Schlagzeugjahr und er spielt ein weiteres Drumsetz-Sawa. Viel Spass! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung. BR 2018 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 Guten Abend miteinander. Ich hoffe, ihr mögen noch hören, so uns auch noch, wenn wir am Schluss sind. Wir sind Waldhörner. Und zwar spielen für Sie Katja Kirsi, Barbara Lötzscher, Florian Talma und ich tue auch noch ein bisschen mit. Und zwar spielen wir zwei Stück, das vierte, der Mini-Rag und der völlige Musikant, beide komponiert vom André Venya. Und dann zum Schluss, ganz zum Schluss, töten wir noch das dritte, Frauenpower, machen wir einen Scheiss vom André Venya. Viel Spaß und dann anschließend eine schöne Ordnung. Und dann werden wir noch zwei 2005-Johen Chromomen. Und vielleicht gibt es nicht für ein paar ... Und dann haben wir ein paar ... Nein, wie auch noch die Küche. Ich Bryce, hier, da wie schon Sie tube picture Pod Ital борium. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020